Leni Klum hat sich von Model-Mama Heidi so einiges abgeschaut. Zu Recht, denn die 49-Jährige ist in Sachen Coaching ein echter Profi. Ihre Castingshow Germany's Next Topmodel startet 2023 in die 18. Staffel. Und da hat sie schon so einige Rohdiamanten geschliffen. Und so auch offenbar ihre älteste Tochter Leni. Denn die 18-Jährige mischt die New Yorker Fashion Week mächtig auf. Besonderer Eyecatcher, der Oversized Blazer in Weiß, der vor allem in Kombination mit ihrem dunklen Kleid besonders hervorsticht. Apropos Kleid, dieses hat einen ziemlich ungewöhnlichen Schnitt. Vor allem der Schlitz mit Fransen, der Leni's Beine perfekt in Szene setzt, ist sehr markant. Ein rotes Blumenmuster samt längerer Stoffapplikation runden ihren Look an diesem Abend ab. Ihr Blick, konzentriert, professionell und auch ein kleines Lächeln ist zu erkennen. Hier rockt die 18-Jährige ganz offensichtlich auch ohne Mama Heidi, Freund Eris oder Adoptivvater Seal den roten Teppich.